Grüß euch Leute und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Factsheet Video zum Alpinen Landwirtschaft DLC für den Farming Simulator 9. Mitleute das achte Video und ja, wir nähern uns langsam aber sicher dem Release. Heute habe ich wieder vier Stück Factsheets mit am Start und ja, haltet euch fest, ihr konntet es am Titel schon lesen. Es ist wieder Höttinger am Start. Ich bin selber gespannt und freue mich euch jetzt die Gerätschaft präsentieren zu können. Bleibt auf alle Fälle dran, wenn ihr neuer seid, gerne unten abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen, wenn euch das Video gefällt. Daumen nach oben, würde mich sehr, sehr freuen. Ich würde sagen, los geht's. Der erste Factsheet heute ist etwas kleineres aus der Kategorie Traktor der Bührer 6105 zu einem Preis von 39.000 Euro. Okay. 100 PS, 32 kmh, ist er schnell. 90 Liter Diesel haben Platz und konfigurierbar sind Standardreifen und Breitreifen. Reifenmarken stehen zur Auswahl, Trelleborg, Michelin, Kierlin, Bitters. Das sind die drei Marken. Ja, jetzt habe ich kurz unterbrochen. 100 PS Traktor, Führer, ganz ganz einfaches Modell im Endeffekt. Einfacher Schlepper ohne Fronthydraulik, 39.000 Euro. Okay. Interessant, sag ich mal. Interessant. Aber wo bekommst du sonst 100 PS zu so einem Preis? Nirgends. Was ist das Ding dabei? Natürlich ohne Kabine, aber etwas, was ich so in real noch nie gesehen habe. So eine Ausführung von Traktor kann ich eher so von Oldtimern. Das scheint natürlich nicht der älteste Traktor zu sein. Keine Ahnung, Führer ist an sich eine Marke, die habe ich real eh noch nie gesehen. Aber ist okay, ist ganz cool. 32 kmh ist natürlich nicht schnell. 100 PS ist aber natürlich perfekt für die alpine Landwirtschaft. Ist ganz nett, ist ganz cool. Ob der wirklich auf jedem Hof Platz findet, ich weiß es nicht. Aber ich würde sagen, rein zum Next Effect Street und zum ersten Föttinger Gerät. Hier haben wir nämlich den Föttinger Servo 25 am Start. Ein Flug, Dreischabflug zu einem Preis von 14.000 Euro. 85 PS. Das werden benötigt. 12 kmh sind die Arbeitsgründigkeit. 1,2 Meter Arbeitsbreite und passend dazu ein 650 Kilo Gewicht. Wird hier vorgeschlagen. Kann man nicht viel zu sagen. Außer was mir auffällt, hat Giants ein bisschen, was soll ich sagen, Gebete erhöht und die Bilder aus einem anderen Winkel gemacht. Ist auf alle Fälle nicht so schlecht, finde ich bzw. auch ganz passend hier abgelichtet. Hier bin ich nicht ganz sicher, ob da das Logo tatsächlich hingehört oder ob das jetzt irgendwie so reingerutscht ist. Keine Ahnung. Aber ja, Dreischabflug natürlich für die alpine Landwirtschaft recht viel größer ist da nicht nötig. Ich persönlich habe es oft schon in Streams auch gesagt, ich bin absolut kein Fan von Flügen im Farming Simulator. Das ist eine Arbeit, die interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht, obwohl sie doch auch in real life nötig ist, wichtig ist. Aber im Farming Simulator, gebe ich ehrlich zu, schalte ich es meistens aus, das Flügen, um es mir zu sparen. 1,2 Meter ist natürlich nicht berauschen, aber ganz klar bei drei Schaden, was willst du da mehr? Trotzdem schön, dass es drin ist. Kleines passendes Fahrzeug zu einem alpinen Landwirtschafts-PSC. Das dritte Gerät heute ist ebenfalls wieder ein Pöttinger-Gerät, der Pöttinger Synchro 3020. Ein Grubber zu einem Preis von 7500 Euro, benötigt 90 PS, hier ist auch der Bührer vorgespannt. 15 kmh Arbeitskündigkeit, passend oder vorgeschlagen sind 650 Kilo Gegengewicht und Arbeitsbreite sind 3 Meter. Ja, beim Bührer haben wir vorhin gesehen, der hat keine Fronthydraulik, somit hat er diesen Grubber auch ohne Gewicht angehangen. Liegt das an der Ausführung des Schleppers? Ich weiß es nicht, aber, ich sag mal so, auch wieder klein und passend, 3 Meter, so eine Standardarbeitsbreite bei kleinen Gerätschaften. Schön, dass er mit dabei ist, braucht auch im Endeffekt für 3 Meter ein bisschen auch Leistung, gehört halt einfach auch dazu. Simpler, einfach grober, ich denke, den habe ich irgendwo schon mal als Mod gesehen, aber trotzdem auch gut, den mit dabei zu haben, um einfach eine Gerätschaftsvielfalt zu haben. Und last but not least, der Höttinger Teradisc 3001. Auch ein grober, aber es ist halt eher eine Scheibenegge, kostet 16.000 Euro. Benötigt 95 PS, 17 kmh Arbeitskündigkeit, kann man etwas schneller fahren, weil man halt auch keine so tiefe Arbeitstiefe hat. Würde ich jetzt mal stark behaupten, eine Scheibenegge gibt es ja diese Kategorie, hat auch 3 Meter Arbeitsbreite und vorgeschlagen werden 1000 Kilo als Ballast vorne. Ist hier das sympathische Gerät in meinen Augen, fällt mir ganz gut. Aber, was ist euer Favorit in diesem Factsheet Freitag? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, würde mich interessieren. Kurz und knackig, wir sind schon wieder durch, eigentlich über der Zeit viel zu viel gelabert. Schreibt es einfach in die Kommentare, ich bin gespannt und freue mich schon langsam auf den Release. Wieder Zeit, 8 Factsheet Videos haben wir jetzt mittlerweile schon durch. Kommt da noch mehr Pöttinger, man müsste natürlich abgleichen mit der Homepage, da sind alle Fahrzeuge schon gelistet. Und ich würde sagen, dann sitze ich in den Kommentaren im nächsten Video. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, haut rein, tschüss, ciao und bye bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.